Ich gehe im Slash! Oh, maaaah! Oh, oh, oh! Ich gehe im Slash! Piesty, piesty! Ich gehe im Slash! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Hallo? Ja, okay, äh... Wo soll die sein? Hallo? Hallo? Ist hier doch jemand drin, ne? Hallo? Ne! Hier ist doch irgendwas! Hallo? Ja, du wirst schon recht haben, wer auch immer du bist! Ah, das ist viel zu teuer! Redest du jetzt mit mir? Nein! Oh! Oh! Hehehe! Danke fürs Essen! Mist, ich brauche noch solche Knochen! So! Ich... Äh... Fräulein Sissi... Fräulein Sissi ist hier gestorben! Oh mein Gott! Aber den Knochen behalte ich mir! Äh... Das... Und das... Fräulein Sissi... Okay. Kann man das essen? Nee. Das, das, das. Den Knochen behalte ich, habe ich gesagt. Das und das. So. 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 was braucht man? So viel Essen, bitte schön. Mondperlen, für was braucht man die? Er ist ein Werwolf und pflanzt diese Pflanzen an. Wieso das? Und wieso hat er Dschungelholz? Da kann doch was nicht hinhauen. Das wird immer mysteriöser hier. Nach da unten gehe ich jetzt mal lieber nicht. Aber es ist Nacht, vielleicht kriege ich ja jetzt noch ein paar Knochen zusammen. Meine habe ich ja komischerweise schon wieder irgendwie verlegt. Ich gehe ins Leicht. Ich gehöne. Ich habe die Sekunde dreigt. Das sind sein. Schon auf den SCEN, die schweiß wird ver Yongen und folgen. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020